hi leute ich bin ein neuer youtuber ich heiße jens eiermann und ich bin gerade in meinem zimmer und das ein bisschen sehr unaufgeräumt deswegen lege ich mich jetzt mal in mein bett und bin neun jahre alt wenn ihr den rené beugnis kennt das ist mein freund wir spielen zusammen in der fußballmannschaft und ja das ist mein erstes video ich habe bei ihm mit bei ihm angefangen und wenn ich halt es nicht mal bei ihm machen wir wieder ein video auf meinem kanal und ja mal jetzt einen kurzen cut und bin gleich wieder da